Florentine, ich mach das, ich mach, ich halte mein Heft extra so, damit ich nicht reingucke, okay? Manche Leute sagen, klingt furchtbar und sieht scheiße aus, ich sag, hallo Stefan. Okay, nee, jetzt geht's los, wer steht am Kita-Zaun und rennt schnell weg, wenn er gesehen wird? Der Torpedo. Ich nehm einen, ich find den witzig. Ich hab auch, oder? Hab ich gelacht? Du hast schon gelacht, ja. Du hast gelacht, Alter. Nimm mir zu einen, Alter. Schieb ihn dir sonst gut rein. Oh, das sieht richtig... Oh, Gott, wofür hab ich mich hier angemeldet? Boah! Boah! Boah, ich hasse scharfe Sachen. Ähm, außer dich. Ähm, Entschuldigung, tut mir leid. Wirklich noch mal essen? Ja, echt so. Is mal. Vielleicht wirst du dann auch scharf. Boah, boah! Ich werd so verlieren. Bist du ready? Mhm. Okay. Wie wu... Wie würde Olaf Scholz heißen, wenn er damit beginnt, Blowjobs zu verteilen? Olaf Schlotz. Ich versteh den nicht. Ach, Schlotzen kennst du nicht? Annen. Hier spricht der Experte. Ja, Schlotzen ist, wenn du doch einfach so... Riecht. Okay. Ich, ähm, ich glaub, Schlotzen tut ähnlich weh wie diese Soße. Ich hasse es. Warum wollte ich Comedian werden? Hm. Ist jetzt einer für dich. Ich hatte neulich Streit mit einem Gratarkäse. Er meinte, ey, lass mich doch nicht so auflaufen. Was? Warum hab ich dieses Bild von dem Salanien-Fett vor? Ey, was soll der Scheiß noch? Hm. Okay. Was? Fickt euch jetzt. Hat auch nichts. Kann ich nicht. Ich hab scharpe Soße in meinem System, Alter. Ich komm grad gar nicht klar. Was sagen genervte Giraffen? Rutsch mir den Bunkel, äh, Bunkel runter. Ich hatte noch scharpe Soße in meinem Auto. Das ist so ein kurzer Schau-Kurs für den Bunkel-Buch. Was waren die letzten Worte von Jesus? Aua. Tschüss, tschüss. Wer die Schärfe kommt. Was? Ich nehm auch ne Schau-Haut-Fakke. Ich weiß jetzt, was du meinst mit dem Liebeskummer. Ähm. Bei Liebenzeit. Ja, es kommt, ne? Alter. Sodbrennen? Boah. Oder rutscht es tiefer schon? Oh mein Gott. Irgendwie geht. Oder? Weiß ich nicht. Ich hab Angst. Egal, ich mach weiter, okay? Ähm, ich meinte mal zu einer Freundin, zum Glück wird es ab sofort wärmer. Sie dachte, ich befürworte damit den Klimawandel. Dabei glaub ich nicht mal an so einen Scheiß. Ich kann mit scharfer Soße nicht umgehen. Ich bring kein Glibbert. Äh, Glibbert. 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 Der ist jetzt richtig toll. Mhm. Vier von fünf, nie wieder. Neulich hat mich ein Typ aus Ohio gefragt, was Metaverse ist. Ich meinte, well, that's like 39-inch-verse. Du hast mich angehaucht bei Ohio, da war ich stehen geblieben. Ich hab richtig Puls durch diese Soße. Knalltoll, ne? Ich find es gut, ich verliere gerade ein paar Kilo. Das ist voll in Ordnung. Ähm, was? Achso, können wir. Äh, was sagt... Oh Gott. Wow. Was sagt man über Gangstern mit Diabetes? Äh, die stehen mit einem Bein im Knast. Simon sollte den Joke verstehen. Also in der Offensee. Ja. Würde dich auch noch ereilen. Äh, was kriegt eine Stripperin, bevor sie auf die Bühne geht? Schlampenfieber. Killer. Stoßlüften ist, wenn ich meine Arschbacken auseinanderziehe, um besser zu furzen. There you go. Ja, Mann. Jetzt bin ich da, Mann. Ich hab einfach dieses Bild im Kopf. Und ich will's nicht. Viele sagen, ich seh mit Brille komplett anders aus. Ich find die übertreibend. Meine Mutter ist sehr esoterisch. Sie sagt solche Sachen wie, immer wenn ich ein Kennzeichen sehe, auf dem viermal die gleiche Ziffer steht, bringt das Glück. Er wird ein Statement für eine Blinde. Hast du diesen Joke zu sehr? Was für ein Joke. Ich würd den auch scheiße. Ähm, das ist jetzt ein bisschen gesellschaftskritisch. Wie wird das Wort Frauenheld korrekt gegendert? Höschlampe. Höschlampe? Schlampe. Was nicht korrekt ist, weil Frauen dürfen auch Sex haben. Ähm, nehm, nehm. Danke. Ein Feminist hier. Ich dachte immer, Hörsturz ist Denglisch. Hör, Hörsturz. Hör, Hörsturz. Was ist Sturz? Sturz. Stürzen. Sturz. Okay. Das ist gesellschaftskritisch. Frauen dürfen auch Sex haben. So nämlich. Ja. Eine Freundin von mir hat so krasse künstliche Wimpern. Wenn du dich mit ihr unterhältst, zieht es im Nacken. Ich trinke. Und der Einzige auch. Nee, komm. Stefan, tunk rein und steck rein. Grüße gehen raus an. Nein, das sagen wir nicht. Was hat ein Gewürz, wenn es seit langem wieder im Gym war? Muskatmuskata. Was sagt eine devote Fliese zu ihrem Handwerksmeister? Stehe zu deiner Verfolgung. Das war knuffig. Knuffig? Ja, okay, sorry. Es war immer zitiert. Okay, kein King Krems. Oh, nee. Planeten sind echt narzisstisch. Der Rebell dreht sich immer nur um sich. Bitteschön. Mein Ex ist bis heute auf dem Stand eines Spermiums. Er ist einsam. Sag ich mich für das? Okay, gut. Einsam. Ja, ich habe ihn verstanden. Sorry, das ist klar. Nee, ich glaube, das ist als hättest du nämlich gelacht. Okay, tut mir leid. Okay. Warum hat ein Fußfetischist keine Höhenangst? Weil er gern nach unten schaut. Okay. Neulich hatte ich ein Date mit einem Russen. Sein Verhalten war komplett unvorhersehbar. Freunde nennen ihn Improv. Kurva. Okay, okay. Also was ist das? Improv. Ja, ja. Sehr schade. Ich halte. Ich habe neulich meinen Staubsauger erschreckt und er meinte Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ja, das war's. Mach das in die Kamera. Äh. Meine Prämisse für dich ist, ähm, Ikea. Man vergisst immer, nee, anders. Man kauft immer Teelichter, man vergisst immer eine Schraube, beziehungsweise Ikea vergisst die, und man kauft sie am Ende Hot Dogs. Ich will, dass du das Ganze mal von der neuen Seite betrachtest und das auf der Bühne darstellst. Das wird immer eine Ecke. Das ist eine Ecke. Geil, ey Freund, das war kommt noch was. Schaltet ab, bitte. Ey, ich fand nur, ich gebe Ikea ab. Alter, aber da gibt's alles, ne? Tassen und Fangen. Oh, Betten. Krass.